Aufklärung braucht ja aus meiner Sicht in zwei Dimensionen. Die eine Dimension, die in Deutschland ganz automatisch in jedem medialen Berichterstattung vorne ist, ist der Datenschutz. Und natürlich muss man darüber aufklären, wie wir Daten am Ende schützen, wie wir die Systeme, die wir in der Vergangenheit haben, abnehmen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, insbesondere in Deutschland umso wichtiger, auch beim Nutzen aufzuklären. Und immer wieder verschiedene Kanäle auf verschiedene Ziele zugeschränkt zu sagen, was sind eigentlich die Mehrwerte genau für mich, wenn ich diese EPA bekomme, dass ich eben ein geringeres Risiko habe, wenn ich verschiedene Medikamente einnehme, dass es zu ungewollten Nebenwirkungen kommt. Denn das kann ganz konkret dadurch vermieden werden. Oder wenn ich ins Krankenhaus komme bei einem Notfall, dass die behandelnden Ärztinnen und die Pflegekräfte sofort wissen, was ist das für ein Mensch, welche Vorerkrankungen hat er und wie muss er mit Anhalt werden. Das heißt, wir brauchen eine Kampagne, die über verschiedene Medien geht, die unterschiedliche Zielgruppen anspricht und die insbesondere für die Menschen in Deutschland auch die konkreten Nutzen im Vordergrund stellt.